Norddeutscher Rundfunk 2020 Kann ich vielleicht auch 3 oder 4 Luftballons haben? Danke. Hilfe! ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Kollege. Abend. Der Krankenwagen ist gerade weg. Was ist denn passiert? Ein Mannmutter angegriffen. Laut von den Täter mit Säure. Und danach hat der Täter auch noch auf das Opfer eingestochen. Hast du keine Ahnung, wer er ist? Raphael Grünberg. Er wollte aber gerade nach Hause gehen. Zeugen? Der Kleine da oben hat die Tat beobachtet. Jonathan Lerchenbach. Er meinte, das Opfer wäre von einem Clown angegriffen worden. Clown gesagt? Clown, ja. Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber habt ihr nach diesem Clown eine Fahne gegeben? Tatsächlich, ja. Okay. Gut. Alles klar. Sagt doch bitte den Kollegen Bescheid. Die sollen sich mal mit den Nachbarn hier unterhalten. Vielleicht hat irgendeiner was gesehnt. Steh mal an dem Kleinen. Und? Herr Jonathan. Ich bin Michael. Hi, grüß dich. Kann man uns ein bisschen unterhalten? Okay. War sehr schlimm für dich? Meine ganzen Ballons sind weggeflogen. Oh Mann, da können wir bestimmt ein paar neue besorgen. Wie hast du von dem Clown gehabt, oder? Ich hatte noch nie so viele Ballons. Ja, wie gesagt, wir finden schon irgendwo welche. Sag mal, kannst du den Clown beschreiben? Ja. Er hatte große weiße Augen, einen großen roten Mund und eine große rote Nase. Ah, okay. Und hat er dir auch so ein Kostüm, so ein Clownskostüm? Gut. Du, die beiden Kollegen, die bringen dich jetzt gleich nach Hause. Und unterwegs besorgen sie dir bestimmt ein paar Luftballons. Ja, klar. Danke, trotzdem noch einen schönen Tag, ja? Ja, tschüss. Die Fahne nach diesem Clown hat mir das ja nichts gebracht. Na ja, der hat wahrscheinlich das auffällige Kostüm sofort ausgezogen nach der Tat. War ja zu erwarten. Gibt's das Neues? Nee. Aber ich hab gute Neuigkeiten aus dem Krankenhaus. Raphael Grünberg wird durchkommen. Er ist sogar schon wieder ansprechbar. Prima. Die Stichverletzungen waren wohl nicht so schlimm. Aber die Verätzung im Gesicht natürlich. Das wird den Doppeltaar treffen. Er hat nämlich als Model gearbeitet. Ich hab gerade mal mit seiner Agentur gesprochen. Und er hat gerade einen sehr lukrativen Vertrag unterschrieben. Seine Karriere kann er jetzt wohl knicken? Mhm. Das ist nicht auszuschließen. Komisches Knallhart. Ich hab's mal reingeschnuppert. Was soll denn das heißen? Hast du vor deiner Karriere als Kommissar als Model gearbeitet? Ja, jetzt sind keine Müll. Weißt du das noch damals? Ich musste im Zuge einer Undercover-Aktion auf den Laufsteg. Und ich glaube, ich hab die Sache gar nicht schlecht gemacht. Also ich bin nicht aufgeflogen. Sprich eigentlich für sich. Oder vielmehr für mich. Ja, wenn du keinen Bock mehr auf Kripo hast, wirst du Supermodel, hm? Wieso eigentlich nicht? Ja. Schwanzkrankenhaus. Bis später. Bis später. Also an seinem Gang muss er noch ein bisschen arbeiten. Herr Grünberg, wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, Herr Kollege Grass. Meinen Sie, Sie können uns ein paar Fragen beantworten? Ja. Dieses Schmerzen. Das ist grausam. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Ja, das glaube ich Ihnen. Was genau ist denn passiert? Wissen Sie, in letzter Zeit geht bei mir einfach alles schief. Zuerst trennt sich meine Frau von mir. Und jetzt das. Mein Leben ist doch völlig im Arsch. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Ich meine, hatten Sie in letzter Zeit mit irgendjemandem Streit oder Ärger? Vielleicht Thorsten. Wer ist das? Thorsten Kutscher. Auch ein Model. Quasi ein Konkurrent von mir. Wir verstehen uns nicht gerade prächtig. Und gestern hatten wir richtig Stress miteinander. Warum ging's? Ich hab so einen neuen Job an Land gezogen. Thorsten meinte zu mir, dass er dafür schon eine mündliche Zusage gehabt hatte. Ich hab ihm gesagt, ich kann das ja auch nicht wissen. Und danach meinte er, dass es mir noch leid tun würde. Thorsten Kutscher sagt mir Sie. Ich meine, ich konnte ihn jetzt in dem Kostüm nicht erkennen. Aber ich wüsste nicht, wer es sonst gewesen sein könnte. Der Typ ist echt das allerletzte. Gut, also zu Ihrer Sicherheit werden wir einen Kollegen von uns hier vor die Tür stellen. Ja, Alex, du, pass auf. Ich muss Schluss machen. Ich bin jetzt hier in dieser Agentur. Gerrit, der hat noch was vor. Ich bin alleine. Der kommt nach. Ja? Okay, bis dann. Ciao. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Nasaband. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ich möchte ganz gerne mit dem Verantwortlichen hier sprechen. Der Chef ist leider noch nicht da. Er hat einen wichtigen Termin in Madrid. Aber ich bin David Westhoff, stellvertretender Geschäftsführer. Ja, gut. Es geht um den Angriff auf Raphael Grünberg. Ja, grausame Geschichte. Also der Rapha, der tut mir wirklich furchtbar leid. Gestern Nachmittag war er noch so glücklich, weil er einen lukrativen Auftrag bekommen hat. Ja, ich habe gehört, dass ein anderes Model nicht begeistert davon war. Ein gewisser Herr Kutscher. Ja, der Thorsten war doch lange für diesen Job vorgesehen und war dementsprechend sauer. Aber dass er zu solchen Mitteln greift, das glaube ich einfach nicht. Ja, wissen Sie, wir haben da ein kleines Problem. Wir können den Herrn Kutscher nicht erreichen. Bei seiner alten Adresse wohnt er nicht mehr. Haben Sie vielleicht eine Idee, wo wir ihn finden? Naja, mehr oder weniger. Der Thorsten ist letzte Woche aus seiner Wohnung rausgeflogen und wohnt jetzt bei einem Freund. Sekunde, ich kann Ihnen die Adresse geben. Oh, das wäre sehr nett. Ja. Hier Kutscher bei Leopold. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen, er ist gerade für Probeaufnahme im Haus. Ach so. Ja. Ja. Bitte. Hallo, Schatz. Du wolltest jetzt nicht glauben, wir haben den Auftrag. Fantastisch. Das musst du mir nachher alles haargenau erzählen. Ja, das ist der Herr Naseband von der Kriminalpolizei. Äh, Kripper? Das werde ich dir später in Ruhe erklären. Werden Sie mir jetzt noch sagen, wo ich denn einen Kutscher finde? Ach ja, natürlich. Sie gehen einfach hier raus, ja, durch die Tür und dann sind Sie schon da im Studio. Danke schön. Bitte. Ja, genau so bleiben, Thorsten. Ja. Ja, perfekt. Kopf ein bisschen höher. Ja, super. Super, alles klar. Hallo. Was soll das denn jetzt? Wir arbeiten hier. Hier kann man nicht einfach so reintrampeln. Das tut mir leid, aber ich bin von der Kriminalpolizei. Und ich muss dringend mit Herrn Kutscher sprechen. Das sind Sie, oder? Ja, ich geh dann mal ein Käffchen trinken. Ja, Herr Kutscher. Worum geht's denn? Es geht um Raphael Grünberg. Hab von gehört. Ganz schön krass, was da passiert ist. Ja, allerdings. Sie haben gestern Schreit gehabt mit dem? Stimmt. Ich bin ein bisschen ausgeflippt. Aber Raphael hat mich auch so was von provoziert. Macht einen auch freundlich. Hat mir sogar viel Glück für das Casting gewünscht. Wann warst du schlimm daran? Dass er den Job schon längst hatte. Den Job, der mir versprochen war. Raphael ist eine ganz linke Bazille. Er musste irgendwas gedeichselt haben, um den Job zu kriegen. Zum Beispiel? Was weiß ich denn? Vielleicht hat er die Frau von dem Auftraggeber gefögelt. Oder den Auftraggeber. Dem traue ich alles zu. Na ja, momentan ist er jedenfalls nicht zu beneiden. Sein Gesicht ist verätzt und auf einem Auge wird er wahrscheinlich ihn wirklich sehen können. Das ist natürlich schon heftig. Aber es war zu erwarten, dass irgendjemand irgendwann mal durchtritt. Tja, jemand wie Sie. Bitte. Da würde hier jede in Frage kommen. Raphael hatte sich mit seinem Scham so ziemlich bei jedem verscherzt. Können Sie mir sagen, wo Sie gestern zwischen 18 und 19 und 30 waren? Zuhause. Ich habe meinen Frust runtergespült. Mit billigem Rotwein, wenn Sie es genau wissen wollen. Gibt es Zeugen dafür? Nein, ich war alleine. Und? Sind Sie weitergekommen? Sagen Sie, hat Herr Grünberg in der letzten Zeit noch mit anderen Personen Streit? Nein. Überhaupt nicht. Also im Grunde genommen ist es hier sehr friedlich. Sind Sie da ganz sicher? Denn der Kutscher, der hat ja was anderes angedeutet. Na ja, so ein bisschen Konkurrenzkampf gibt es natürlich immer. Aber alle waren auf diesen großen Auftrag scharf. Aber deswegen alle Verdächtigen. Also ich weiß nicht. Entschuldigen Sie kurz. Wir kennen es noch nicht. Agentur Faustbach? Neue Gesichter können wir immer sehr gut gebrauchen, ja. Schatz? Schatz? Ja? Der Wagner möchte wissen, ob es am nächsten Donnerstag mit dem Termin klappt. Da muss ich doch mal nachschauen. Dann schauen wir mal. Kurzen Moment, bitte. Ich glaube, wir können auf die Zeit gebrauchen. Da bin ich schon wieder. Also Freitag würde es definitiv besser passen, ja? Ja gut, ich bin dann soweit auch durch. Vielen Dank jetzt mal für Ihre Hilfe. Wiedersehen, ja? Ja, wiedersehen. Sorry, dass ich dich nicht so lange warten lassen habe. Kein Problem. Also wieso ich hier bin? Freunde von mir haben gemeint, also aussehen. Sollte ich doch einfach mal bei euch vorbeikommen. Vielleicht kann ich mir was nebenbei verdienen. Na du, da haben deine Freunde vollkommen recht. Also wir können da gern was machen. Wir können dich in die Karteikarten aufnehmen und wir können auch ein Fotoshooting organisieren für dich.